Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, mein Name ist Rogo, ich bin wieder da, es wird heute ein Trainingsvideo gemacht. Wir sind im Impuls, ihr wisst Bescheid, Oldschool, wie immer, heute werden Arme geballert, Bobby ist mit am Start. Und bevor das Video losgeht, klickt schon mal auf Gefällt mir, einfach machen, kommentiert schon mal und lasst ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, wir ballern jetzt einfach los, wir ballern Arme, Trizeps, Bizeps, fürs Wochenende, gut für abends für die Shisha-Bar. Und lasst einfach starten. Wir machen uns jetzt erst warm und dann ballern wir los. Ich habe gesehen, ich wieg jetzt heute Morgen 92 Kilo. Wir sind keine Arme, nichts. Wir sind jetzt zwei Mahlzeiten drin, drei gute. Pumpen müssen eigentlich da sein, aber ich habe es nicht geschafft heute, weil ich im Umzugstress bin, habe ich geschafft, meinen Pre-Workout reinzunehmen, weil das war bei Erdem. Und ich war heute nicht bei ihm und meins ist noch nicht zu Hause. Deswegen bin ich, was das angeht, komplett leer. Aber ich gucke, dass ich doch trotzdem eine gute Pump habe. Aber es ist geil. Ich weiß nicht, wie man die Musik anmacht ohne das Handy. Ich weiß nicht, was. Normalerweise kann man irgendwo drücken, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ich bin dünn, ich habe abgenommen. Ich schäme mich gerade voll. Also, ich nackt wäre. Ich glaube, Zeit nach hat das echt gespannt, dieses Ding. Aber durch das Zertool-Signal überhaupt nicht. Ich muss richtig komplett Fett handeln, damit man ihn sieht. Ich halte mich besser, wie vorher. Geht. Ohne das gute HGH aus der Türkei. Ich vermisse es. Sonntag, Trinks für die Leute. Mein Bobby, Zeit, da zu schneiden. Schaust du? Ich gucke, ich gucke. Terminkalender. Das erste, was schwer beschäftigt, macht lieber Anfragen. Nicht direkt mit Einplanung, sondern macht auch wirklich Anfragen und lasst euch hier auch schriftlich bestätigen. Das erste, das beste Pre-Worker-Kopf per Infa. Hä? Wie war ein bisschen mit deiner Wohnung? Boah, Wohnung. Sofa ist da. Das ist ein geiles Sofa. Ja, sieht echt geil aus. Das ist auch eigentlich dafür, dass es so geil ist. Von Preis her echt stabil. Das ging voll klar. Bett ist da. Neu. Küche kommt in fünf Wochen. Habe ich auch schon bestellt. Dauert lange. Bis dahin muss ich improvisieren mit Essen. Also improvisieren heißt, muss ich bei Erdung durchschnauben. Weil ich habe ja kein Geld, um mein eigenes Essen zu kaufen. Sonst läuft alles. Es läuft alles perfekt. Ich habe eine richtig geile Wohnung, Erdgeschoss, Fußbodenheizung. Die Leute bei Instagram haben mir auch schon gesagt, dass sie voll geil finden. Dieses nach dem Sofa. Ich weiß, wie viele Leute nach dem Sofa getroffen haben. Echt viele. Deswegen habe ich irgendwann Link reingepackt. Normalerweise müsste mir ein bisschen Provision geben, wenn einer kauft. Ach. Ne, ging voll klar. Trotzdem kriegt man vernünftiges, sauberes Essen hin, auch wenn man keine Küche hat. Man muss auch wollen. Eigentlich müsste ich so einen Tag full-diff-eating ohne Küche machen. So, wie machen wir das? Könnte man machen. Drei Sätze reichen. Drei, drei. Wir machen jetzt da hinten noch einen. Über Kopf. Ne, wir machen jetzt hier noch einen. Man sieht keinen Bauchmuskeln, man sieht keine Adern. Ich muss mir die Motivation anders holen. Einfach Gas geben. Ich weiß nicht, wer das ist, aber was hat der? Kann man deinen Furz kaufen in einer Flasche, die du zumachst? Dinger, was ist mit dir? Willst du den Alarm kaufen? Sagt mir Bescheid, wenn ich eine andere schmeiße. Bobby, wie ist das so, wie ein Trink-Video zu drehen? Geil, ehrlich. Ja? Ja. Hast du Bock? Ich hab Bock. Schneiden, richtig geil machen, geile Musik. Keul der Goldschein. Ja, das wäre geil, wenn man dazu die Rechte hätte, ein bisschen mit einzupacken. Das würde ich richtig feiern. Aber geht sowas? Ne, ne? Ja. Ne, nicht mal kleine Aufschnitte. Zehn Sekunden maximal. Zehn Sekunden maximal. Habibi, lass mal deine Musik bei meinen Trainingsvideos mit reinnehmen. Aber selbst die können meistens gar nichts dafür. Ja. Das ist meistens das Sings. Labeling alles. Ja, die Platten, wie heißt das? Platten, Plattform. Ja, ja. Das war's. Ja, ja. 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 Juhu. Das ist eine der ekligsten Übrigen. Backup. Kann ich nur gehen mit dem Klingel zu machen? Also ich kann nicht sagen, in der Diät ist alles anders stehen. Ja, alles scheiße. Man hat keine Power, man hat nicht so viel Kraft. Ich habe mich letztens eingeschissen beim Schlägebanddrücken mit 45 Kilo. 40. Das war echt schon hart so. Die Leute denken ja, in der Diät jetzt, ich habe voll, voll, voll drin. Dieses ganze Programm. Wenn ich denen sage, was ich alles drin habe, sagen die krass. Wow, das ist richtig langweilig, was ich da habe. Wirklich. Ich glaube, ich weiß wie viele. Hä? Ich glaube, ich weiß es. Nee, ich weiß es nicht. Kreatin. Kreatin, ja, Kreatin. Ich habe nur Kreatin. Ich weiß nicht, so letztens ist hier leider einer verstorben. Da macht man sich so Gedanken, ob man sich da wirklich so voll klatschen soll. Die Frage ist für was so, ne? Hier mache ich noch einen Satz, so viel es geht, alles rausholen und dann was das für ein Trizeps und dann machen wir Trizeps. Ich habe einen Satz, so vieles zu sehen. Hier gehen noch 10 Kilo weg. Nog mal, das ist mir falsch. Ungefähr 82, 83 Kilo. Dank dafür. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, bis wir in den Sixpack sind. Noch sieht man, das ist viel zu viel Fett. Meine Arme sind jetzt auf jeden Fall gut auf Pump. Wir machen jetzt noch einmal hier, kalt. Dann machen wir die Arme kalt. Und dann gehen wir in die Beatschutzmaschine. Dann machen wir einmal beidhändig und einmal eins und dann passt das. Dann wird die Arme platt. Das ist nicht unser Bier. Das können die alle machen. Wir haben das sportlich gemacht. Das ist ja auch gut. Ausgetragen. Aber ich weiß nicht, ob man das machen muss. So viel Geld sich da... Das machen alle momentan. Ja, ich weiß. Das bringt Klicks. Aber wenn du dich da gut verkaufst und gut boxen, ist ja gut. Aber wenn du da hingehst und du... Ja gut, der eine hat sich verletzt. Ist halt okay. Ist entschuldigt damit quasi. Aber trotzdem weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Also ich würde schon mit in den Ring, wenn mich einer sagt, komm lass das machen. Ich werde sofort dabei. So. Wir machen jetzt nochmal Hammerkirks und dann da an der Bizepsmaschine nochmal weitarmig. Alles nochmal rauspumpen und dann war es das. Dann bin ich noch platt. Mit dem Thumbdown noch drin und 3 Gramm Salz, 4 Gramm Salz. Dann werden meine Arme jetzt wieder platzen. Ey, wir brauchen noch ein reines Thumbnails, ne? Meinst du, ist was dabei? Ja? Ey, die Seifenblasen sind cool. Ich baue mir meine Thumbnails manchmal selber. Aber ich mach mal eine Seifenblase rein. Eine Seifenblase mit irgendwas reingestellt. Boah, hier nicht mehr. Ich stehe jetzt nicht mehr viel drin. Was sagt dir zur Diät fahren? Wird das gut? Oder wird das gut? Hey Bobby. Ich frage dich wieder in die Mitte drin. Geil. Vor allem wenn die Kamera so dicht auf mir ist. Es ist echt schön, nicht die Kamera mal selber zu halten oder irgendwo hinzustellen. Oder keine Ahnung was. Es ist echt schön, einfach mit der Kamera zu reden und Bobby anstatt mit meiner eigenen immer so zu halten. Das Trink-Video ist vorbei. Mal gucken. Kurzer Formcheck. Sagst du? Mal gucken, die Diät läuft. Ihr seht es. Ich bin noch da. Hab noch Power. Aber Power geht langsam weg. Weil ich auch nicht voller Vitamine bin. So wie ihr das denkt. Und ich danke für Ihren Support. Fürs Einschalten immer. Für alles. Für die ganzen Einkäufe. Über meinen Code Basic Plus mit dem Code Logo 10. Danke dafür. Ohne das alles geht es nicht. Danke fürs Einschalten. Abonniert den Kanal. Drückt auf gefällt mir und kommentiert in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Und bleibt gerade. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.